Willkommen Freunde zu einem neuen Brawl Stars Video von mir. Das heutige Ziel ist es, in drei Runden drei Siege zu erzielen. Werde ich es schaffen, das wird ultra schwer, denn ich habe lange nicht mehr gespielt. Und ja, lasst mal jetzt jeder von euch ein Like da. Das heutige Ziel sind wieder 1000 Likes. Und schreibt mal bitte einen Kommentar, jeder von euch, okay? Schreibt mal einfach, für wen ihr in der Fußball-EM seid. Heute beginnt ja das Halbfinale. Okay, genug geredet, fangen wir einfach mal an und viel Spaß mit dem Video. Runde 1 Okay, Freunde, nach langer Zeit endlich mal wieder Brawl Stars. Ich habe euch echt zu lange warten lassen. Und das heutige Ziel sind nur Siege, okay? Nur Siege. Wir wollen jede Runde gewinnen. Okay. Die kämpfen da. Wie verrückt. Wir mischen uns einfach mal direkt ein. Easy. Der ist down. Die Shelly ist auch gleich down. Komm. Komm, Shelly. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Bro, ich habe verloren. Ich habe verloren. Was? Ey, Freunde, ich glaube, das sind sogar vielleicht Bots gerade gewesen. Ist das mein Ernst? Oh, Mann, ey. Das war echt schlecht, Mann. Das war echt schlecht, Freunde. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Runde. Runde 2 Okay, die vorherige Runde, die schneiden wir raus. Die schneiden wir raus jetzt, Freunde, ja? Wir holen uns nur Siege. Wir holen uns nur Siege. Ach, ja. Komm her. Kiste. Der steht da einfach rum? Hallo? Es tut mir leid, Bro. Ich muss jeden potenziellen Gegner, beziehungsweise jede potenzielle Gefahr, muss ich beseitigen. Ich darf mich nicht nochmal blamieren. Hallo? Da ist einer drinne. Ich habe die Old. Damit kann ich ihn easy auseinandernehmen. Aber? Ich weiß gar nicht. Ist er hier drinne oder war erst der ganz rechts? Ich glaube, das war er hier. Da unten. Der Daryl. Nee, da ist wirklich einer drinne gewesen. Was? Oh, Mann, ey. Hi, ha, hui. Ich habe dich, Kumpel. Ich habe dich. Du bist zu lange festgehalten, um was dagegen zu machen. Okay, Freunde. Diese Runde läuft sehr, sehr gut. Noch sechs Gegner? Okay. Das ist echt viel. Noch sechs Gegner. Frank. Ist das Frank? Ich habe alle Namen vergessen. Ja, das ist er. Ich will meine richtige Old. Nicht meine Gadget. Old. Wow. Hell no. Bro. Bro, was? Ey, yo. Ich habe nicht nachgedacht. Ich wusste auch nicht, dass er jetzt die Wand zerstören kann und mich festhalten kann. Bro, was ein Müll. Was ein Müll, Freunde. Sorry, Freunde. Sorry. Wir haben zwei schlechte Runden gehabt. Okay. Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Letzte Runde, Freunde. Letzte Runde für heute. Und die muss jetzt ein Sieg werden. Runde 3. Ich werde jetzt so ernst spielen, okay? Ich werde jetzt so ernst spielen. Alles, alles komplett auseinandernehmen. Erstmal Kiste. Auf ganz Nummer sicher. Man muss halt bei Basse mal aufpassen mit dem Gadget. Das fällt dann nicht fest, wenn man das Gadget benutzt. Und das macht auch irgendwie gar keinen Schaden. Das ist halt einfach nur dafür da, dass du auf den Gegner springst oder abhaust. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Acht, Brett. Den holen wir uns. Ja, den holen wir uns. Ja, das war risky. Das war risky. Aber wir haben es geschafft. Jetzt haben wir unsere richtige Old. Und noch zwei Gegner. Was? Noch zwei Gegner. Ein Gegner noch. Rose heißt sie, ne? Oh, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben sie geholt. Sie hatte sogar sieben Cubes. Wir haben sie geholt. Weil wenn man Basseult von ganz weit weg trifft, jo, dann hat man den Gegner 100 pro, okay? Freunde, immerhin, immerhin noch ein Sieg am Ende. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, Freunde. Ich werde jetzt versuchen, öfter Brawl Stars Videos zu machen, okay? Ich werde es versuchen, jetzt regelmäßig zu machen. Tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet, Freunde. Und dass es heute so kurz war. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar. Und sag mir mal, wen ich benutzen soll. Ich habe jetzt Basse am höchsten gelevelt. Ich muss aber, glaube ich, auch mal andere benutzen. Aber ich habe leider nicht so viele Coins. Ich habe jetzt ihn auf Stufe 10. Aber egal, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Und habt noch einen schönen Tag. Bye.